ein bisschen schneller ja echt mal was ich habe nur ein loch gekriegt zu spät wie zu spät ja 15 löcher dann ist das ding schon untergegangen wenn der löcher nicht mehr stopfen kann dann ist es untergegangen ich habe aber ein loch gestopft bekommen ja das ist halt weil du mit einem alleine schaffst du das nicht ich hätte er das die ganze zeit oder was das vieh resettet der wahrscheinlich ja wahrscheinlich bleibt das länger da aber resettet halt immer wieder alter schwede ich habe die anderen noch auftauchen weiß ich nicht vielleicht tauchen ja immer dann auf wenn wir gerade wieder tot sind das könnte dann aber eventuell bedeuten dass er nicht resettet dass er irgendwann tot ist so ich höre schon wie die kneipe kann sich noch einer an die namen erinnern um die ww ist für ihn jahre jemals zahlen und eine andere jungen da und jungen genau aber die zahlen haben wir nicht gemerkt den anderen nicht gemerkt was sie noch dazu bekommen alter ich bin doch gar nicht besuchen was ist denn hier schon wieder los ja genau komm direkt mal eben bretter und so mitnehmen bananen habe ich alle was brauche ich denn überhaupt kanonenkugeln und bretter holz bretter holz bretter noch zwei kanonenkugeln könnte ich noch und ansonsten bin ich schon voll so ich bin mal die kanonenkugeln auf ich glaube es ist schlau wenn einer einmal einer bretter und einer schießt ja ich bin auf dem weg zum boot ja die kanonen sind alle gefüllt ja das wird wahrscheinlich schon grund haben warum du den nur zu dritt zu fünft machen kannst also das könne du kannst du sicher auch zu dritt äh muss man muss sagen also unser boot ist scheinbar voll wie voll ja kanonen habe ich jetzt nicht nachgefüllt holz bretter kann ich nicht mehr lagern bananen kann ich nicht mehr lagern wir sind drin warum kannst du nicht mehr lagern keine ahnung ach ich muss sie in die hand nehmen lol äh holz bretter und bananen Kanonen-Kugeln wären vielleicht auch nicht schlecht äh ey oi ach ich glaube den irgendwo irgendwo nur übergelassen sehen sie 30 Holzbretter bitte Bananen haben wir hier Kanonen-Kugeln nehmen wir zwei mit Bananen äh springen geht auch hoch so Holzbretter haben wir Holzbretter hat das noch 5, 10, 5 5 Bretter, 5 Bananen, 10 Kanonen-Kugeln hab ich was hast denn du jetzt mit deinem Headset gemacht was denn du hörst dich gerade irgendwie anders an ich steh draußen volle Türen und bin im Rauchen und gleich zu dem spielen äh achso äh lol ich guck dir schlägt mal rein er spielt doch an einer Konsole er hat einen Funk-Controller ich guck mal der Anker hoch mal langsam äh noch nichts ist schon alles ich hab alles voll ich geh auch nicht mal gesammelt ich bin noch nichts mehr ja da hinten waren gerade noch Holzbretter 5 ja ich hab ich hab noch ein bisschen äh ich hab gerade mal gesammelt soll wir jetzt noch sollen wir jetzt noch weiter sammeln oder nicht äh wieviel Kanonen-Kugel sind im Schiff 25 25 ja das sind nicht noch nicht viel ne hat er jetzt gerade einen Anker eingeholt ja ein Tümer-Rona nein habe ich nicht 25 Bananen und 45 Holzbretter ja dort ist ja schon mal was ne die Kanonen-Kugel wird es aber glaube ich nicht reichen ne 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 da suchen wir glaube ich noch dass jeder noch seine Ladung voll macht ich gucke mal hier noch ich gucke mal hier noch Holzbretter leer leer Bananen leer 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 hier sind noch Holzbretter 5 Stück hier haben wir noch Kanonen-Kugel 6 Stück Bananen äh Kanonen-Kugel 6 Stück da sind noch 4 Stück äh beim Steg gegenüber sind noch paar Kanonen-Kugeln Holzbretter Kanonen-Kugeln Kanonen-Kugeln was wo hier äh bei uns ein Steg wenn du da in dir in andere Richtung hingehst also da wo der Kran steht da weiter hinten ist auch noch ein Steg ich stehe da gerade wo der Kran steht die Karren die Karren die Karren also quasi in der Blickrichtung wo die eine Frau die bei der Schiffswerkstatt steht hinschaut Schiffswerkstatt ach so da hinten ja da ich habe gerade gefunden als Frage als Frage zeich mir immer größer ja echt äh da hinten sind noch Bretter und Kanonen-Kugeln Alter der Schwert-Trick ist voll Geheil das ist echt genial also jetzt bin ich gespannt an welchen Außen-Kugeln sind wir aber wolle 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 den Megalodon noch weitermachen oder ja können wir fragen wo sind wir jetzt da auf Schatztour gehen wo sind wir jetzt gelandet sind wir weit weg von ihm ich habe keine Ahnung müssen wir gucken ne der genau der gleiche Außenposten wie vorher ist nicht weit weg ist wieder so eine kurze Strecke ist der gleiche wie vorher mir egal also einmal können wir noch probieren würde ich sagen ja hätte ich jetzt auch gesagt einmal noch probieren und dann scheißen gehen ok 25 25 15 ok komm komm jetzt wir haben es jetzt immerhin schon mal einmal zusammengekriegt den zu rufen muss man ja nutzen ach der Wind steht genau falsch ich komm jetzt wieder runter ich komm jetzt wieder runter das Ding ist halt wenn man wieder rufen müssten dann müssen wir zu einer anderen Insel hin und die Melodie holen meint ja ist so wenn man wieder rufen müssten da sind auch noch 5 Kanonenkugeln da sind auch noch 5 Kanonenkugeln Bananen ich bin voll ich finde der gar nichts hier Bananen sind auch nur ich habe keine Ahnung wo ihr da rumrennt ich komme von der scheiß Insel gerade nicht runter wo ich hier gerade bin so warte ich geh mal nur noch kurz auf die Insel Autsch oh wir werden da vor uns äh Anker ist noch unten ok ich guck noch mal wie ich irgendwo noch Holzblätter finde komm doch unten den Kugeln 5 wir lassen ja da alle rüber hä äh ich weiß nicht wo du hast das Ding mal weit weg von unserem Schiff ey was sucht denn hier was haben wir hier Holzbretter Kanonenkugeln wo bitte du ja los mit euch ich habe jetzt nur noch einmal voll gemacht so wie du sagtest da hinten auch mal Kanonenkugeln hä jede fucking Kiste die ich finde ist leer ja aber ich wahrscheinlich schon vorhat was ah hier hab ich noch was Bananen hab ich gefunden also bei den Hütten müsst ihr auch schon bei den Sachen da sind auch noch etliche Kanonenkugeln ok komm ich mach noch mal leer und geh auch noch mal suchen jetzt ist eh grad dunkel bei den Hütten ist auch noch mal auch hier Holzbretter hier wenn wir den Weg entlang gehen sind wir Holzbretter alter ähm leute 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 ähm leute 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 warte machen kann so nie sein muss ich mein Inventar ständig leer machen oder leute ja ja sehr oh du kannst nichts nehmen weil du voll bist das ist es kein Wunder ja ich renne die ganze Insel ich stände die ganze Zeit ist alles voll alter leck das warum decken das so also bei mir ist alles lustig ach erst 3400 äh 3246 Frames gedroppt nice so ja erst so wie macht die scheiße leer äh mit der äh da hier die Holzbretter die mann Schiff leute mach mich nicht fertig hä wie mach ich mein Inventar leer die Tonnen waren noch vorhin schon alle leer regenerieren sich da waren wieder vier keine Ahnung äh wie du das leer machst du wählst die Sache aus ähm und dann gibst du in die Kiste hinein ah Bananen lagern genau hä ich hab das Gefühl die die Fässer regenerieren sich ja doch nicht ja geil so wo waren jetzt nochmal die Fässer die haben sie nicht kriegen wir nach jedem Abschluss unseres Schiffes äh die Originalfracht wieder also die die das war Standard drinnen ist ja das war Standard drinnen äh toll dann lohnt es sich ja fast nicht das Schiff so aufzuwerten ja so jetzt jetzt hab ich das ja so jetzt ja 39 Bananen so viel werden wir eh nicht fressen ach sagt hat nicht 68 Holzbretter und 56 Kanonen finde ich auch komisch ne jeder kann 10 Kanonenkugeln tragen nur 5 Bananen und 5 Holzbretter trotzdem haben wir Kanonenkugeln das wenigste auf dem Schiff ich ja warte mal der was unten beim Steg entlang rennt siehst du mein Blinken was ja wenn ich siehst du mein Blinken da sind noch äh Holzbretter also auf dem anderen ne einmal 6 Holzbretter holzbretter ok also ich bin auf dem Schiff naja ich seh dich du bist da gerade vorne ne äh ich war jetzt gerade unter dir hab noch mal gar gesammelt achso der Wind hat gerade gedreht ja und da wo ich jetzt bin sind auch nochmal einmal 5 und einmal 6 Holzbretter ja viel Platz habe ich jetzt gar nicht mehr ja dann musst du wieder hinlehnen und entleeren gehen ja warte ich ich komm auch mal so dann guck ich nochmal hier entlang ist da sonst noch irgendwo wat Bananen Holzbretter hier unten auch wieder Holzbretter Bananen leer äh ohne Witz das äh wasen das 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 regeneriert sich ja die waren vorhin alle leer ja beschwer dich nicht mach das Schiff voll Banane 6 Banane 5 Banane 6 super 6 Bananen insgesamt insgesamt 11 Bananen ich kann keine einzige übernehmen ja dann bist du wahrscheinlich voll ja ich nicht äh ja aber dein Charakter was schon wieder voll hier ist offen ja warte geht lässt sich einrichten ne das ist mal lieber so 73 Holzbretter Holzbretter genommen Kanonenkuh genommen so jetzt bin ich aber voll und jetzt reicht auch wir können nochmal voll machen wenn wir äh verreckt sind äh oh Gott ich kann nicht mehr rennen also ich hab jetzt keine Holzbretter mehr auf der Hand ich wohne auch schnell so noch welche Bananen 78 mal Holz da damit kannst du komplett neues Schiff bauen ja das ist wahrscheinlich eh die Landwunden löten so reicht ich gebe noch einen kurzen Kaffee machen bin gleich wieder jo 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 lea 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 ok Bananen ähm ähm war da drüben noch was drin mornen 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 ja lea wenn wir jetzt gerade eh nochmal eben kurz ich komme auch sofort wieder ok mit geräusche auch auch es dow mal Untertitelung. BR 2018